In den letzten Monaten hat Bitcoin, aber auch der gesamte Kryptomarkt eine unglaubliche Rally hingelegt. In der Zwischenzeit ist mein eigenes Kryptoportfolio einfach nur durch die Decke gegangen und mittlerweile befinden wir uns in der heißen Phase, in der viele Investoren große Fehler begehen, die sie im Nachhinein bereuen. Denn ich bekomme aktuell ganz viele Fragen von euch, wie wird sich meiner Ansicht nach Bitcoin dieses Jahr noch entwickeln und sollte man jetzt vielleicht schon aussteigen, weil teilweise Leute von Korrekturen sprechen, aufgrund von verschiedenen Theorien, teilweise zum Beispiel auch aufgrund der Elite-Wellen-Theorie. Deswegen werde ich heute mit euch wirklich Klartext sprechen. Es gibt kein Bullshit. Ich werde ganz klar verraten, wie meine persönliche Prognose für den Bitcoin in diesem Jahr aussieht. Ihr müsst aber dennoch am Ende des Tages eure eigene Entscheidung treffen und eine eigene Analyse erstellen. Das heißt, dieses Video ist wirklich einfach nur Entertainment. Es stellt keine Anlageempfehlung dar. Trotzdem schauen wir uns mal an, was ich zum Beispiel letztes Jahr im August 2023 zum Bitcoin sagte. Und jetzt stellt sich wirklich die Frage, ob das ein guter Einstiegskurs ist. Und um das einschätzen zu können, müssen wir uns auch wirklich mal die Vergangenheit anschauen. Denn wenn man sich intensiv die letzten Zyklen des Bitcoins anschaut, wie dieser sich vor einem halbigen Event und nach einem halbigen Event bewegt, dann wird man feststellen, dass wir jetzt derzeit genau im Zeitplan sind. Also es ist derzeit kein Grund, um in Panik zu geraten. Nein, ganz im Gegenteil. Meiner persönlichen Meinung nach, und das ist keine Finanzempfehlung, haben wir jetzt derzeit eine einmalige Chance, um wieder in den Kryptobereich einzusteigen. Denn August, September und Oktober zu einem gewissen Teil sind Monate, in denen der Kryptobereich relativ schwach läuft. Dementsprechend bekommt man eine gute Gelegenheit, und das vor einem so großen Event, um dann nochmal in den Bitcoin einzusteigen. Jetzt ein paar Monate weiter in der Zukunft sind wir schlau und wissen, dass die Monate August, September, Oktober tatsächlich echt gute Monate waren, um in den Bitcoin zu investieren. Denn dieser ist jetzt seitdem um ungefähr 200% gestiegen. Leider haben sich zum damaligen Zeitpunkt nicht wirklich viele Leute für meine Kryptovideos interessiert. Das heißt, nur die wenigsten haben diesen kostenlosen Content konsumiert. Während ich zum Beispiel persönlich dann fleißig in den Bitcoin investierte und nachgekauft hatte, haben viele von einer großen Korrektur gesprochen, haben Ängste geschürt bei ganz vielen Investoren, und dementsprechend haben auch viele diese Rally entweder viel zu spät erwischt, beziehungsweise auch komplett verpasst. Da aktuell wieder einige von großen Korrekturen sprechen und wieder einige Ängste geschürt werden, möchte ich hier noch einmal meine Prognose mit euch teilen. Sollte euch wie immer dieser Content hier auf diesem Kanal weiterhelfen und gefallen, dann könnt ihr mich jetzt an dieser Stelle auch komplett kostenfrei unterstützen. Einfach nur einen Daumen nach oben dalassen, Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibt ihr natürlich auch weiterhin up to date, und schreibt mal sehr gerne eure These zum Bitcoin unten in die Kommentare. So, dann lasst uns wie immer keine weitere Zeit verschwenden und hier sofort starten. Wir beginnen einmal mit dem Bitcoin und gehen später zum Altcoin-Markt über. Wir hatten ja hier schon mal einen kleinen Dip beim Bitcoin. Ich habe das Ganze ja frühzeitig genug schon mit meiner Finerofolio-Community geteilt, also meine Webseite finerofolio.de. Bevor wir überhaupt in diese Supportzone hier reingelaufen waren, hatte ich die schon eingezeichnet, habe gesagt, hier haben wir vielleicht eine Dip-Möglichkeit. Der Kurs ist jetzt hier wieder schon um knapp 15% nach oben gebounced. Sehr, sehr schön. Und ich kann auch, um das Video jetzt nicht unnötig spannend zu machen, jetzt schon sagen und euch ein bisschen Zeit vielleicht sparen, Ey Leute, ich glaube nicht, dass wir vor dem Halving eine große Korrektur bekommen werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir beim Bitcoin in diesem Bullenmarkt jemals wieder die 30.000 US-Dollar sehen werden oder auch 30.000 Euro. Das werden wir meiner Ansicht nach nicht sehen. Und ich werde dir auch ganz genau erklären, warum, weshalb und wie ich das Ganze auch spielen werde. Auf jeden Fall, wir wissen, das Halving ist ein entscheidendes Event, was ich schon, weiß ich nicht, seit den letzten zwei Jahren die ganze Zeit in eure Köpfe versuche reinzutrichtern. Denn hier wird noch einmal das Angebot des Bitcoins reduziert, beziehungsweise es wird einfach schwieriger werden, Bitcoins zu minen. Und dementsprechend haben wir hier ein reduziertes Angebot. Die Nachfrage, vor allem auch aufgrund der ETFs, sollte im besten Fall gleich bleiben. Vielleicht wird diese sogar durch einen Hype zunehmen und das wird den Kurs von Bitcoin nochmal auf ganz neue Höhen bewegen. Ich kann mir jetzt aktuell vorstellen, dass wir nach dem Halving vielleicht ein Sell-the-News-Event bekommen werden. Das heißt, wir werden dann sehen, dass wir hier parabolisch nach oben steigen, auf ungefähr 90.000 bis 100.000 US-Dollar. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir eine Korrektur sehen werden. Werde ich persönlich aussteigen? Auf gar keinen Fall. Ich bin nämlich nicht verrückt oder sowas. Ich möchte das ganz große Geld hier mitnehmen, bevor ich aussteige. Und das Risiko, dass die Korrektur dann relativ schnell vorbei sein wird, und das seht ihr auch beim Bitcoin, der ist richtig schnell, was die Bewegungen angeht, ist mir persönlich zu hoch. Das heißt, wie werde ich das Ganze spielen? Wenn überhaupt, dann werde ich nachkaufen. Viele von euch kennen meine sogenannte Tranchen-Strategie, mit der ich sehr, sehr viel Geld bisher verdient habe. Und genau an dieser Strategie werde ich auch weiterhin festhalten. Was jetzt aktuell darauf hindeutet, dass wir jetzt keine große Korrektur beim Bitcoin bekommen werden, also was auf unserer Seite steht. Und wie gesagt, wir wissen es natürlich nicht. Keiner kennt die Zukunft, ich auch nicht. Klar, ich hatte jetzt ein paar Mal Glück mit meinen Prognosen, aber das muss ja nicht anhalten. Das solltet ihr auf jeden Fall auch verstehen. Deswegen macht auch gerne eure eigenen Analysen und Prognosen. Aber auf unserer Seite ist jetzt einmal hier das Momentum. Das zieht jetzt langsam, aber sicher an. Der RSI-Indicato ist jetzt aktuell auch nicht überkauft. Und gleichzeitig bewegen wir uns zu diesem sehr, sehr wichtigen Event, dem Halving-Event. Ich blende euch auch noch mal ein, wie sich überhaupt der Bitcoin-Kurs entwickelt, normalerweise vor dem Halving und nach dem Halving. Und dann wird man relativ schnell erkennen, die ganz große Rendite, die bekommt man normalerweise nach dem Halving. Was ja auch ökonomisch logisch ist, weil wir ja nach dem Halving ein geringeres Angebot haben. Dementsprechend bin ich persönlich eher gerade darauf konzentriert, mich nicht aus diesen Märkten abschütteln zu lassen, sondern die Rally komplett mitzunehmen. Wenn wir uns jetzt auch hier zum Beispiel mal anschauen, wo dann wirklich der richtige Run stattfindet, dann werden wir auch hier im letzten Zyklus erkennen, dass Bitcoin dann eben nach dem Halving, vor allem auch nicht direkt nach dem Halving, sondern eigentlich so ein paar Monate später nach dem Halving, dann die richtig krasse Rallye beginnt. Also dementsprechend sollte man sich auch darauf gefasst machen. Was natürlich aber jetzt zum Beispiel darauf hindeuten könnte, dass der Bitcoin bereit wäre, jetzt sich ein bisschen abzukühlen, vor allem auch nach dem Halving, wenn wir die 90.000 bis 100.000 US-Dollar dann erreichen, ist hier einmal der RSI-Indikator und zum anderen hier die MACD-Linien. Wir sind jetzt einfach aktuell laut diesen Indikatoren überhitzt. Im Kryptobereich kann es auch durchaus vorkommen, dass wir etwas länger überhitzt sind, je nachdem, wie stark dann eben der Hype ist. Deswegen bitte vorsichtig sein. Und daher habe ich auch schon während dieser gesamten Phase, während immer wieder Leute gesagt haben, der ist schon zu hoch gestiegen, wir werden eine Korrektur bekommen, gesagt, und das wissen auch die Leute in meiner Core-Community, diese Konsolidierungsphasen nutze ich persönlich aus, weil man eher davon ausgehen sollte, dass der Kurs noch weiter nach oben steigen wird. Und je nachdem, wie hoch er steigen wird, kann es auch durchaus sein, dass wir dann eben bei einer Korrektur diese niedrigen Level nicht mehr erreichen werden. Jetzt möchte ich hier einmal wirklich ganz Klartext reden, weil einige immer noch von einer großen Korrektur sprechen, die den Bitcoin-Kurs wieder auf 30.000 Euro oder auch US-Dollar bringen wird. Also mir ist es vollkommen egal, welche Strategien ihr verfolgt und Theorien ihr verfolgt. Das könnt ihr gerne machen, wenn diese für euch funktionieren. Never change a running system, bin ich ein ganz großer Fan von. Aber ich schaue mir verschiedene Daten und Indikatoren an und schaut man sich den realisierten Bitcoin-Preis an, dann wird man erkennen, dass man tatsächlich in einem sogenannten Bullenmarkt beim Bitcoin niemals unter diesen realisierten Bitcoin-Preis fällt. Also wenn man sich den zweijährigen realisierten Bitcoin-Preis anschaut, der ist jetzt ungefähr bei 44.000 US-Dollar und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer größeren Korrektur unter 44.000 fallen, ja fast bei 0. Also das würde ich auf jeden Fall schon wirklich komplett von meiner Liste streichen, außer wir kriegen so einen schwarzen Schwan, das wissen wir natürlich nicht. Aber ansonsten würde ich persönlich jetzt nicht damit rechnen. Gehen wir das Ganze noch ein bisschen bulliger an und schauen uns den fünfmonatigen realisierten Bitcoin-Preis an, dann können wir vielleicht sogar davon ausgehen, dass wir in diesem Bullenmarkt noch nicht mal unter die 60.000 US-Dollar fallen werden. Und jetzt ist halt die Frage, möchte man Stand heute aussteigen, obwohl man vielleicht diese niedrigen Kurse gar nicht mehr bekommen wird, sondern vielleicht erst wieder im nächsten Zyklus. Dieses Risiko möchte ich persönlich nicht eingehen. Und es ist aktuell Fakt, wir sind in einem Bullenmarkt und in einem Bullenmarkt sind Konsolidierungsphasen oder Dips ganz große Gelegenheiten. Zu diesen Zeitpunkten zu verkaufen, ist für mich persönlich komplett verrückt, aber ihr müsst eure eigene Analyse machen und wenn ihr das für richtig erhaltet, dann macht das natürlich auch gerne. Und damit kommen wir auch schon zu dem Altcoin-Markt. Bevor wir aber jetzt wirklich im Detail über diesen sprechen, möchte ich noch einmal ganz kurz anschneiden, wohin sich überhaupt noch der Bitcoin-Kurs entwickeln kann in diesem Jahr und vor allem auch im Jahr 2025. Ich persönlich denke, im Jahr 2024, wie gesagt, die 100.000 US-Dollar werden meiner Ansicht nach in diesem Jahr noch erreicht. Und ich persönlich glaube auch, dass wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, im Jahr 2025 200.000 US-Dollar beim Bitcoin zu erreichen. Zumindest wenn man sich auch das Stock-to-Flow-Model anschaut von Plan B, dann wird man auch dort erkennen, dass man eigentlich mit ganz viel höheren Kursen Bitcoin rechnen kann. Ich versuche das Ganze aber konservativ zu betrachten. Ich möchte nicht gehypt sein. Ich möchte meine Emotionen wirklich kontrolliert angehen, damit ich am Ende des Tages auch rechtzeitig aus dem Krypto-Bereich aussteige. Wenn wir uns jetzt einmal hier den gesamten Krypto-Markt anschauen, ohne Bitcoin und ohne Ethereum, dann werden wir hier auch ein ganz klares Bild erkennen. Und hierfür muss man übrigens auch kein Genie sein. Da kann man sich auch einfach die einzelnen Charts anschauen. Dass jetzt zum Beispiel aktuell viele Altcoins schwächeln, ist vollkommen normal. Wir sahen zum Beispiel auch bei vielen Altcoins im Wochenchart eine negative Divergenz beim RSI-Indicator, die, wie ich ja auch schon oft erklärte, darauf hindeutet, dass die Märkte bereit sind, entweder zu korrigieren oder zu konsolidieren. Vollkommen normales Verhalten. Wir sind aber immer noch in einem Bullenmarkt und den sollten wir so sehr, wie wir noch können, ausnutzen, um am Ende als Gewinner rauszugehen. Auf jeden Fall, wenn wir uns hier einmal den Altcoin-Markt anschauen, dann werden wir hier logischerweise auch ein ganz klares Muster erkennen. Dieser entwickelt sich normalerweise auch etwas später nach dem Halving dann richtig, richtig stark. Das heißt, auch wenn wir das Halving haben, sollte vielleicht der Kurs fallen, steigen, ist vollkommen egal. Wir haben Zeit, um Positionen aufzubauen. Deswegen sage ich auch immer wieder, jetzt rechtzeitig Positionen aufbauen, damit man im besten Fall dann natürlich hier in Deutschland, vor allem dann nach 366 Tagen, das ist keine Beratung, bitte redet mit eurem Steuerberater, dann steuerfrei Gewinne realisieren kann und im besten Fall wird das dann irgendwo hier oben sein. Ihr seht es auch zum Beispiel, der Altcoin-Markt ist hier einmal zurückgekommen. Wir hatten hier einen Support gebildet. In dieser Zeit habe ich persönlich zum Beispiel sehr viel in Solana investiert, unter 20 Euro. Jeder muss natürlich selber entscheiden, welcher Altcoin da jetzt der Favorit für den einen oder anderen ist. Für mich persönlich halt, wie gesagt, immer noch Solana. Ganz klar, werde ich auch zwischendurch immer wieder erklären in den Livestreams, warum, weshalb. Aber wir sehen auch hier, wir sind jetzt gerade aktuell in einer Rallye nach oben, bewegen uns jetzt hier geradewegs zum Halving, haben jetzt gerade eine Konsolidierungsphase. Diese Phase ist dazu da, erstmal hier diese ganzen Indikatoren abzukühlen, bevor es dann wieder sehr steil nach oben geht. Hier gleichzeitig müssen wir uns zum Beispiel auch die Bitcoin-Dominanz anschauen. Das ist einfach nur das Verhältnis, was performt jetzt aktuell besser? Sind es die Altcoins oder ist das halt der Bitcoin? Also in was sollte man zu dieser Zeit zum Beispiel investiert sein? Wenn man sieht, dass zum Beispiel die Bitcoin-Dominanz zunimmt, dann heißt es, dass man mit Bitcoin zum Beispiel deutlich besser laufen würde, als wenn man in Altcoins investiert ist. Und umgekehrt, wenn die Bitcoin-Dominanz natürlich fällt, dann sollte man in Altcoins investiert sein. Hier habe ich auch schon frühzeitig genug mit euch natürlich schon einige Sachen geteilt. Wir sehen, dass wir hier eine sehr, sehr starke Resistance haben bei der Bitcoin-Dominanz, die eventuell durchbrochen werden könnte nach dem Halving. Das wäre logischerweise für Altcoins jetzt nicht allzu bullig. Das wird nicht den ganz großen Run bei Altcoins auslösen. Wir haben aber auch hier gleichzeitig dann bei ungefähr 58, 60 Prozent noch eine weitere Resistance. Und die sollte im besten Fall dann eben halten. Sollte die halten und die Bitcoin-Dominanz wieder nach unten bringen. Und dann sehen wir ein ähnliches Szenario wie zum Beispiel hier. Das seht ihr hier zum Beispiel sehr, sehr schön. Wir hatten hier auch zwischendurch natürlich auch Bouncer, wo die Bitcoin-Dominanz wieder gestiegen ist und dann wieder gefallen ist. Aber ich persönlich warte zum Beispiel immer noch auf den Fall der Bitcoin-Dominanz, wie in diesem Szenario und wie in diesem Szenario. Denn das wird die Altcoins wirklich zum Fliegen bringen. Also ihr werdet Sachen sehen bei Altcoins, die könnt ihr euch jetzt aktuell nicht vorstellen. Wir werden dann natürlich den absoluten Hype bekommen. Was jetzt hier dieses Jahr noch zusätzlich dazu kommt, sind die Zinssenkungen durch die FED beziehungsweise generell durch die Notenbanken. Das heißt noch zusätzliche Liquidität, die ganz viele Altcoins dann wieder auf neue Höhen bringen wird. Hier ist es aber entscheidend, dann eben gute Projekte rauszupicken, wie zum Beispiel Solana, die dann eine unglaubliche Rallye hinlegen können mit einem überschaubaren Risiko. Viele der ganz kleinen Coins könnten natürlich auch relativ schnell ansteigen und dann wieder auf Null fallen. Das habe ich ja auch schon immer wieder erklärt. Dementsprechend sollte man hier aufpassen. Also was erwarte ich persönlich noch vom Kryptomarkt, also vom Bitcoin, aber auch von den Altcoins? Nun ja, wie vorher schon angeschnitten, beim Bitcoin erwarte ich mindestens die 100.000 US-Dollar in diesem Jahr. Gehe aber auch davon aus, dass wir im Jahr 2025 noch deutlich höhere Kurse bekommen werden. Bitcoin hat für mich hier jetzt wirklich das überschaubarste Risiko, weil wir natürlich die Bitcoin ETFs im Hintergrund haben. Das heißt, wir haben einen konstanten Zufluss und das wird logischerweise auch langfristig die Bitcoin-Kurse nach oben bewegen. Bei den Altcoins muss man natürlich auch ein bisschen spekulieren. Ich persönlich schaue mir zum Beispiel sehr viel die fundamentalen Daten an. Dementsprechend konnten wir auch schon den ein oder anderen Gewinner gemeinsam hier rauspicken. Aber dennoch bedeutet das natürlich nicht, dass sich auch das gesamte Jahr genauso weiterentwickeln wird. Ich plane aber auch weiterhin in meinen Altcoins investiert zu sein, schaue mir natürlich auch andere Projekte an, versuche vielleicht da und hier mal nachzukaufen. Die Leute auf Venero Folie kriegen die Limit Order von mir immer wieder frühzeitig eingestellt und schaue mir dann erst im Jahr 2025 dann an, wie sich alles entwickelt hat und werde das auch frühzeitig genug mit den Premium-Mitgliedern teilen. Nur mal so nebenbei, die Webseite kostet 50 Cent am Tag, also das ist wirklich das, damit ich halt irgendwie die Kosten tragen kann, also das ist halt wirklich schon das Minimum. Aber dennoch natürlich vielen lieben Dank für den Support, Leute, für die tollen Nachrichten. Mit vielen von euch tausche ich mich aus. Das ist mir wirklich sehr, sehr viel wert. Ich hoffe, ihr habt auch bisher auch irgendwie das Ganze überstanden, habt auch schon gute Gewinne mitnehmen können. Viele von euch haben es ja auch schon geschrieben. Deswegen hoffe ich auch, dass das gesamte Jahr 2024 weiterhin für euch gut verlaufen wird. Und wie immer, wenn euch dieser Content, dieses Video hier geholfen hat, dann könnt ihr mich jetzt gerne kostenlos unterstützen. Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren mit Glocke. Dann sehen wir uns natürlich wieder im nächsten Video.